wie komme ich hier raus warte mal hier geht es nach oben nein hier geht es nicht nach oben ich glaube da sind ne warte da ist die barrikade die ich gebaut habe ich lasse das jetzt einfach fast alles liegen außer das eisen könnten uns jetzt einfach hier nach oben bauen aber das möchte ich eigentlich nicht so warte mal wir sind von hier gekommen da hatte ich die diamanten gesehen dann müssen wir nach da wo kamen wir denn hier hin nach dahinter kam hierher müssen wir nach da braucht die erdbrücke da ist kann das sein dass wir von da oben gekommen sind wäre doch nicht so dicht an die lager gesprungen oder ich habe keine ahnung woher kamen hier nee warte mal da haben wir die diamanten gefunden ich glaube wir kamen von hier oben und hier ist auch der ausgang in der nähe ach guck mal was da ist also es hat sich für eine erste tour hat sich gelohnt auf jeden fall aber wir müssen jetzt nur noch lebend zu hause ankommen kamen wir hier irgendwo her ich weiß es nicht oh ja da oben stehen fackeln warte hier ist nix oder dahinter nein wir sind richtig wir sind richtig wir müssen warte mal wir müssen darüber wir müssen hier hin okay da ist nicht ausgeleuchtet ja das wäre es gewesen irgendwo alter wo ist denn hier der aufgang nein da auf jeden fall nicht es muss hier irgendwo sein hier doch die ecke die wir gebaut haben um den ofen hinzustellen naja oder kamen wir von hier hinten nein da auf jeden fall nicht hier auch nicht wir uns hier durchgebuddelt fuck ah da ist der aufgang fackeln ich wollte es gerade noch sagen äh da musst du mal die fackel ab danke und die ich glaube hier geht es raus und da kommen wir natürlich im dunkeln draußen an pass auf hier waren wir nicht da hinten waren wir jetzt einfach nur noch in richtung da ist es dunkel aber es ist nicht ganz so dramatisch hoffe ich das müssen wir nur noch warte warte den kompass und dann können wir auch sofort abchecken ob das alles jetzt mal auf damit damit direkt abchecken ob das auch funktioniert so da lang alter schwede wir haben es erst überlebt also hoffe ich erst noch mal eben was nur weil was können ich bin sehr 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 zufrieden nach der aufnahme werde ich erstmal eine kleine pause machen und wird wegen redstone schaltungen google wo wir können was ausprobieren dafür brauchen wir wieder so viel naja wir probieren gleich eben was wir haben wir noch ein bisschen bezahlt ein bisschen was an zeit und das habe ich befürchtet ne warte wir müssen da lang da läuft was da ist ein zombie nehmen wir mal mit wer weiß was da brauchen wir eh nicht aber egal die werfen hier noch keine erfahrungspropel ab oder sowas kann man mit dem ding eigentlich blocken ich glaube da ist der berg dieser komischen plattformen creeper skelett oder creeper einfach schwimmen jetzt kommt der creeper auch noch angelaufen ach man ja ich will jetzt nichts mehr riskieren mit den diamanten können wir ja nächstes beim nächsten mal das erste neder portal bauen da ist eine spinne ich glaube wir sind ganz klar da da nehmen ein bisschen zuckerrohr mit was ist das denn da oben ach das ist ein stern wir nehmen das zeug auch noch mit ich hoffe dass das mit dem mit dem sound alles funktioniert das wäre jetzt zu blöd wenn es nicht gehen würde wenn ihr irgendwas falsch läuft gerade oh mein gott wäre das ärgerlich so gerade ins wasser gefallen ja muss gar nicht laut rennen kannst du hier auch noch nicht ja den da hinten holen wir uns noch ne brauchen wir nicht so warte wir müssen da lang das sind überall creeper männer unterwegs ne ich geh mal hier lang auf jeden fall haben wir eine halbwegs funktionierende rüstung noch ich weiß gar nicht was jetzt wir gucken gleich mal was wir zu hause sind was wir jetzt alles geschädigt haben ich glaube das ist alles durchlöchert so wir brauchen schwert oh es wird es hell ja es wird gleich hell wir können jetzt eigentlich theoretisch hier im moment stehen bleiben dann ist die spinne wenigstens nicht mehr aggro oh creeper nein 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 ich sag noch creeper da kommt die ratte von hinten und du hörst die viecher nicht oh du bist auch noch aggro ich auch ich spreng sie mit weg danke wir haben die ganze die ganze landschaft gleich kaputt gesprengt hier naja der fackelt eh von alleine ab warte wir müssen ich hab keine ahnung wohin ach ich sehe das haus ich sehe das haus ja der musste setzen und erledigen ey das war ironie schon mal von gehört warte 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 sofort ein steak hinterher äh ein schnitzel wir können doch gleich mal ausprobieren ob es eine schere hier schon gibt weil du kannst die schafe scheren das heißt es müsste auch eine schere geben wir sind zu hause und wir leben es war auf jeden fall richtig cool es hat spaß gemacht es hat nerven gekostet aber es hat spaß gemacht so wir ballern das jetzt erstmal alles das inventar hauptsache erstmal ruhe damit wie gesagt ich bete gerade auch so ein bisschen dass das alles geklappt hat hier mit sound so den ofen brauchen wir gleich das eisen packen wir erst alter 47 eisen diamanten diamanten kohle packen wir hier in die kohle packen wir darin ne warte wir machen das schon mal ja wir sortieren ein bisschen vor warte mal hier kohle kohle und redstone wollte ich gleich was mit probieren die pflanzen wir noch nicht warte das packen wir hier in baumaterialien kommt hier mit rein die brauchen wir eh noch werde eh keine ordnung reinkriegen also alles rinder alles was wir gerade nicht brauchen 19 mal erde steine stickies redstone pack ich zur kohle ne das braten wir gleich eben noch oh mein gott das hat sich echt gelohnt so pass auf redstone wollte ich eben was ausprobieren wenn es nämlich hier redstone fackeln gibt gibt es dann könnte man jetzt theoretisch die redstone fackel da dran ok jetzt muss ich noch gerade kurz überlegen was konnte man denn per redstone fackel aufmachen ne tür ne konnte man da türen mit öffnen oh ein weiter ging das ich glaube nicht ne jetzt blödsinn aber ich probiere es trotzdem nein willst du mich verarschen kannst du bei redstone türen öffnen wusste ich nicht ach ja so ist auf jeden fall interessant ach so ja warte 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 haben wir noch eisen haben wir oben warte ich weiß es nicht eisen so dann also ne schere gibt es hier noch nicht oder das rezept hat sich geändert ich weiß es nicht dann warte warte da können wir auch noch nichts draus machen außer dass es gut aussieht aber das können wir anpflanzen und das werden wir auch noch eben machen guck mal passt genau ja außer dass es gut aussieht macht es noch nichts wir haben kühe ohne ende so in diesem sinne werden wir uns werde ich mich mal langsam aus verabschieden vorbereiten hier ich finde es hatte mal eben sieht man eigentlich hier das kann man auch noch nicht reparieren das wäre schön wenn es gehen würde aber der helm hat am meisten abbekommen so Diamanten beim nächsten mal werden wir dann weitermachen wenn wir hier drüben bla 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 das ist ein tolles deutsch heute werden wir dann hier die reste zutackern und fangen dann da mit einem Haus an oder da ich weiß es noch nicht auf jeden Fall hier unten wird dann das nächste Haus das wird dann so eine kleine Farm werden wenn jetzt so meine Idee war wir brauchen jetzt hier nichts wir können glaube ich noch nichts anbauen jedenfalls wüsste ich nicht wo es herkommen sollte aber wie gesagt auch da werde ich mal alles jetzt nochmal google befragen in diesem sinne bedanke ich mich fürs zuschauen und sage tschüss bis zum nächsten mal und ciao mit V